Das ist bestimmt größer, wenn das zu lange nicht drin ist. Siehst du schon was? Ich hab meine Angelhausen. Kann ich ziehen? Die rollen dafür nicht aus. Du, es fällt dir noch auf die Schnur. Ja, zieh erstmal hoch. Ich bin sofort da. Das hat mir fast die Schnur, die Schnur wollen alles abgehen. Aber gar nicht weggegriffen. Ey, wo es durch ist, die war eine schnelle Miete. Ganz schön inner Sinn. Oder eigentlich großer Seelachs quer, aber... Da läuft es jetzt eine gute Rolle hier. Da ist jetzt die Baustast hier heute. Ja. Da wollte ich vielleicht auch was größer. Ja. Das ist die rechte von entfernt. Das ist nicht. Siehst du schon was? Nein. Wie viele Pferde noch stricken? Falsche Motte. Kannst du dann zu meiner Seite hin? Was ist das? Ich sehe noch nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Hast du einen blößen Peker drin? Nein, ich wollte nur noch. Ich weiß nicht, was ist es drin. Nein, das ist ein blößen Peker drin. Nein, ich wollte nur noch. Genau. So, ich weiß nicht.